Alles klar, Freunde und weiter geht jetzt auf der 8-Bit-Map. Wir haben wir, glaube ich, mit der Game & Watch befreit und wir machen einfach mal weiter. Warte mal, aber wo wollen wir eigentlich hin? Das ist halt die Frage. Ah, nach unten. Sollen wir nach unten erstmal? Ich glaube, ja, wir gehen erstmal nach unten. Okay. Aber die Frage ist, wo geht es nach unten? Oh, hier, okay. Alright, warte mal, wo geht es hier? Oh. Schau! Komm, du mal her. Das war's für heute. Nein, ich habe nach oben B gedrückt. Hey, Riu, Alter. Riiiiuuuu. Riiiiuuuu. Komm und mach dein oben nach B. Riii. Lieber Rii, Lieber Rii, Lieber Riii. Bitte gewinn diesen Kampf so schnell es geht. Oh, ja. Lieber Riii. Wolle, ich habe sie zu tun. Komm, ich habe sie zu sagen. Was? Suru, ja. Hure. Was, Backslash? Oh, mein Gott. Komm, duu. 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 ist einfach einer gehalten ohne spaß so richtig müssen wir selbst für die special effekt besorgen wenn das spiel nicht sehr gibt es einfach nur langweilig da gibt es ein bisschen rauch weg aber auch richtig wo auch wenn die mucke die mucke oh was geht hier der 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 Das ist äh... Riesenförder. Komm her. Komm her. AUSAUER SMASH! King K. Rool? Ah! Das ist so großartig. gegen die wand, Ronaldo, what a nice what a nice kick, oh my god, what a nice tackle from Cristiano Ronaldo, he is on the goal, he has the ball WAS der hat mich rausgekickt, der Penner oh my god, dabei war ich so drin keiner weiß, by the way, heute in white rosé oh my god, shiny rosé top notch Was ist das? Das ist erst mal ein Paraloo für mich. Ouuuuh! Oh, der hat auch sein Ulti, Idiot! Ich bin so eine Ratte, Mann! Oh! Ich bin so eine Ratte ohne Spaß. Was mache ich? Beende doch den... Beende doch den Schritt! Wieso spiele ich mit dem? Alter, mein Gott! Das kommt direkt zurück. Kommt direkt zurück, wenn man Fax war mit dem Gegner spielt. Ja! Ja! Pfeffer! Ja! Na, ja! Aus mit dir. hat ein bisschen länger gebraucht als es hätte brauchen sollen schätze ich mal aber es war weil ich die fax gemacht habe egal jetzt füllen wir da runter genau und dankeschön oh mein gott kennt ihr doch den sunshine moment von damals freunde wie krank das war rosalina und luma super mario sunshine richtig geiles spiel ich glaube die sind sehr schwer wir müssen rosa und luma besiegen es wird glaube ich sehr schwer die hat noch drei kürbis am start unverwundbar phase genau und alle ja ja genau dies wie lange ist die noch unverwundbar nein guck mal wie die will achllosalina und luma w wie w Nein! Nein! Äh, äh. Was? Was? Ich hab nach links ge... Was? Als ob ich nach rechts gelenkt hätte. Als ob ich nach... L... L... Manchmal denke ich mir echt. Manchmal fühl ich mich so verarscht vor bei solchen Games. Ohne Spaß. Oh mein Gott. Da bist du echt unverwundbar, hast du jetzt einen Smash? Bleib weg von mir mal dann. Oh oh. Wie? Ich verarsch mich doch nicht. Nein! Scheiße. Ich verarsch mich doch nicht. ATHERN So. Nice! So. Versteckt leicht Spezialtechnik. Okay, nice. Nicht schlecht. Ein Soccer hatte das noch, ne? Oh, aber ey, am Anfang. Was war das am Anfang? Like legit. Didi. Wir haben Ideen. Jedenfalls geht es aber jetzt weiter. Let's go. Wir wollten, wo wollten wir eigentlich hin? Warte, da ist auch irgendwo ein Charakter. Wieso richten die Richtung? Ah, da rechts war ein Charakter. Urban Champion Kämpfer. Egal, wir machen mal hier den Weg. Dann gehen wir rüber. Würde ich sagen, oder? Let's go. Let's go. Guck mal. Was ist jetzt wieder so eine Sache? Ich... Ich habe die Arena verlassen instant auf Hüpfen gedrückt. Was macht der? Was macht der? Wir kommen raus. Das soll ich machen, nennst du. War schön. Ganz einfach. Er muss einfach nur aus der Arena halten. Okay. Flopper. Flopper. Oh, schwache Schwerkraft. Fink. Auch. Ich bin zu langsam. Jetzt auch mal der Mann. Auf. 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 darauf bin ich gespannt jetzt labras gebrauchen labras geist von labras kayoka haben wir auch nicht leider ich finde die interaktion mit den geistern finde ich geil wir haben was ein nettes gimmick finde ich einfach aber hast dir einen vielen sächschen geschluckt ah hier merkt uns weil das spiegel gestört war hier 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 Was für eine geile Musik! Grand Theme Super Mario Bros 2 Ah! Junge, das sind meine Prinzessin, du hast verlaufen im Spiel Das ist ein falsches Spiel, Junge KingK Ich bin Bowser Und du, nimm deine Rübe und zieh ab Hoffentlich Stankt jetzt meine Prinzessin, Summer Oh, nett Oh! Oh! Junge! Haha! Flying Man, ole! Oh, really! Wie sieht der aus den Flying Man Erinnert mich an An das Pokémon Mit K, glaub ich, was Flugkampf ist Und die Attacke hat, was auch Flug Sowohl Flug, als auch Kampf ist Ressladeo Der Boxer Äh, der Wrestler meine ich Was? Wie viel Leben hat der? Ach, der hat 18 KP Aber Der kommt wieder, ne? Die Kettan doch zäglich die Gäste 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 Wätsch Hohohoho You lose! Fuck Aha Oh lol Ich wollte eigentlich Feuerarten machen, aber es ist ja auch bei dir. Alles mit dir. Wer ist hier? Nee, es stehen alle gar nicht, oder was? Krass, okay. Ah, ich wollte mal da unten. Jetzt gucken wir, wo wir gelandet sind. So typisch, typisch wie Zorgo-Light. Daher weiß ich auch nicht, wo ich bin. Oh, nett. Wie nett. Du kannst jetzt in deinem Spiel bleiben sollen. Das ist verlaufen. Junge, warte mal. Was? Du kannst du mal da machen. Ja. Oh Gott. Diejenigen, die mit Ness spielen können, Lukas, das ist echt ein guter Charakter. Jedenfalls, aber... Wer sind denn sie? Wer sind denn sie? Woa, du siehst Sensei. Bssssss. Oh Alter, wie das geil sich anhört. GG. GG. Der Dintoss. Ja, aber... Ich weiß, ob wir hier weitergehen sollen. Ich weiß nicht, weil... Wir kommen da eh nicht weiter. Da oben. Also... Oh, da hat sie dann eine Dungeon. Hier nach links kommen wir eh nicht. Ich würde sagen... Hä? Wie denn? Wie ich kann das... Die D? Wieso kann ich da nicht hin? Ja, wow. War schön. Okay. Dann gehen wir den jetzigen Plan voran. Let's go. Das ist was für eine Muckie? Was ist das für eine Muckie? Tja. Rang. Das ist für eine Muckie. Tja. 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 Kein Sinn. Kein Sinn. Was war das gerade? Ich hasse Melinda. Ohne Spaß. Ich hasse Melinda. Die ist so nervig einfach. Bewohner genauso. Ah. Sofuglia City Map. Guck mal. Boah, den ich gerade verarschen, Alter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Die hat so eine Bombe gefressen gerade. Oh mein Gott. Krass. Krass, krass, krass. Das sind die Bombe ihres Lebens. Okay. Ähm, ja. GG. Guck mal. Ja. So eine geile Musik. Oh, schon wieder die. Oh mein Gott. Junge, jetzt hast du auch im Spiel verlaufen hast du dich. Ich geh zurück zu deinem Spiel. Oh. Oh. Wind Waker. Wind Waker. Eines der geilsten Spiele ever, die ich je gespielt habe. Kann ich jedem empfehlen auf jeden Fall. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker. Wind Waker Link. Toon Link. Krieg wir jetzt Toon Link? Bitte ja. Bitte. Bitte. Ich liebe Link. Ein Kollege von uns hat das mal gesagt. Ich liebe Link. Ein Kollege von uns hat das mal gesagt. Ich liebe Link. Und das haben wir ja die ganze Zeit verarscht. Boah, der ist ein Sturm. Ist eine Sturmwarnung. Oh Junge. Sturmassistenz. Ich glaube ein Immunität will ich. Macht Immun gegen Stürme, ja. Oh, ich hab da noch was laut. Egal. Was als. Brutalander! Richtig geiles Pokémon. Der gefällt mir. Ne, komm raus. Komm raus, komm raus. Ich sehe ja. Perfekt. Was für eine Auto-Attack-Range. Oder eine Range an sich. Krass. Hitbox, Hitbox. Bitte? Ja, bitte. Okay, anyway. Hey, jetzt war mir zu warm, bitte. Lass es tun nichts sein. Oh mein Gott. Pokémon Trainer. Soviel, Kamen. Beed him. Ich bin der Kschlitz. lol der ist zu klein legit was ist das? oh die scheiße nicht warte wie wenig shiggies was? wirst du mich grad veräppeln? warte shiggie wie krank der ist der gefällt mir oh nein der gefällt mir den will ich den will ich den will ich shudder 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 auch ein schneller Kämpferfil um ooooooooooooooo pocket pick pocket pick pocket pick friends oh mein gawd ist das der pocket pick? I get it, really it is man, oh my god, great, great pick from Aha, siehst du, der sieht gleich aus, effektiv Natürlich zählt das hier nicht, oder gibt's das hier nicht Oh, jetzt wird's ernst, eh Aber er weiß nicht, oder? Nicht man für den ersten우el nein so nicht so nicht so nicht das ist so gut wie du sie so kurz vor allem äh, paralysiert? Junge, raff dich mal und komm runter, Alter, was ist mit dir? Oh! Oh, Alter, was für eine Reaktion. Wir müssen den doch nur besiegen und dann können wir aufhören. Was ist denn hier los? Warum sind manche Gegner immer so kaputt, ey? Ich check das nicht. Was denn erreicht ihr euch denn nichts ankommen? Es geht doch endlich! Halleluja! So mit dem Pokémon Trainer geht es zum nächsten Mal weiter, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sind zum nächsten Mal wieder.